Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich war die komplette letzte Woche in Ibiza, meine Freunde. Falls ihr es nicht gesehen habt, hier oben gibt es noch einen wunderschönen Vlog von Duggys Hochzeit zu sehen. Natürlich wird heute Abend auch wieder um 18 Uhr gestreamt. Also seid unbedingt dabei, Leute. Es gibt einiges auszuprobieren, was sich in der letzten Woche entwickelt hat. Tiffio, meine Freunde, hat eine Art von Falle entwickelt, beziehungsweise herausgefunden, mit dem man sich quasi durch Wende glitschen kann. Die Buddies haben auch schon ein Video dazu gemacht. Ist mir egal, weil ich bin genauso aktiv auf Reddit wie ihr, meine Freunde. Und deshalb, meine Freunde, habe ich mir heute den aktivsten und besten Forteinspieler der ganzen Welt dazu geholt. Ja, es ist nicht Standardskill. Was mache ich hier? Du bist ganz genau jetzt... Danke, danke, danke. Ich brauche meine Ohren eh nicht mehr. Stein, mach dich mal ready, wir beide... Oh, ist das dein Ernst, Mann? Komm zurück! Leute, ihr seht, ich bin Level 77 jetzt fast. Das heißt, ich werde auf jeden Fall noch zum Ende des Level 80 erreichen. Da muss auf jeden Fall gegrindet werden für. Dementsprechend heute Abend wieder auch um 18 Uhr in der Live-Stream. Was ist mit 100? Level 100 geht mir so am Pupus vorbei. Ja, ja. Weil für Level 100 kriege ich nämlich keine kleinen Skins. Aber das würde ich Omega-Skin kaufen. Ja, ja, ja. Hab ich ihn gekauft, hab ich hochgespielt, Junge. Ja, ja, ja. Mann, ich muss mich doch jetzt hier schon wieder so fertig machen lassen, Alter. Es ist 9.41 Uhr am Morgen, ich werde hier schon wieder beleidigt, Mann. Stein, wir beide gehen direkt komplett YOLO in Tilted Towers runter. Das letzte Mal, dass wir vielleicht Tilted Towers in deiner alten Formen sehen. Eigentlich war ich heute der Patch angekündigt, meine Freunde, beziehungsweise eigentlich dachte ich, dass heute der Patch kommt. Leider gibt es da keine neuen Infos zu. Stein, tu es mir einfach folgende Gefallen und versuch einfach so lange wie möglich am Leben zu bleiben, okay? Okay. Dankeschön. Hey, los. Das sind richtig viele. Dann nehmen wir die Waffe, dann. Nennen wir die Waffe. Happy. Sehr gut. Easy. Sehr gut, Stein. Das hast du ganz famos gemacht, ganz toll. Kein Problem, ich bin vor. Ja, absolut, das sehe ich doch, das sehe ich doch. Wir bauen jetzt unbedingt die Falle, aber erstmal müssen wir uns hier ein bisschen Tilted beweisen, okay? Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier Tilted überleben. Verstehst du, Stein? Weil das ist die Hauptsache. Nachbar aus Tanzleiner. Ich weiß, es wächst, Jürgen. Warte, hinterher sind noch welche. Warte, weg, 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 weg. Mann, du Idiot! Wieso stehst du denn da in der Ecke und blockst mich? Nein! Warum? Das ist so, Jürgen. Butscher, 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 Butscher. Zwei F***en, die unten am Berg kämpfen. Kommt hier mit deinem Zweikel, du H***. Du hast so raus, ich kriegst da den. Voll die blöde M***er. Alter. F*** deine Mutter! Ich komm mit deinem... Ich komm mit deinem... Du bist so blöde Mist. Raus, komm direkt raus aus der Wunder. Okay, Stein, versuchen 9030. Wir springen mal wieder über Tilted House ab. Wieso gehen wir jedes Mal nach Tilted? Warum fliegen wir nicht woanders hin, Stein? Du willst zu Tilted. Will ich nicht, ich hab diesen... Ach Gott, ist aber egal. Er hat ne Shotgun, ich bin down. Mann! Raivi, ich hab recht. Alter, wie kommt der da durch, dieser sch*** W***er, Alter? Dieser kleine... Er kennt doch die ganze Zeit, Alter! Würde seine ganze Familie... Das find ich ihm, Alter, nicht mehr. Richtig. Wir brauchen jetzt keinen Jumphead, Mann. Es macht keinen Sinn, jetzt ein Jumphead zu benutzen, Stein. Junge, wenn du nicht jetzt... Hier ist kein Jumphead. Es ist sehr am besten leckerlich. Stein. Natürlich trifft der... Ah! Stein! Ah, kein Wissen! Zieh mich hoch, warum machst du das kaputt? Ich hasse dich so sehr, ich habe komplett blaues Equipment. Warum brichst du ab? Warum? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Unter mir, unter dir, unter dir. Ich will noch einmal nicht zum Falle setzen. Ich will noch einmal nicht zum Falle setzen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dass ich die ganze Zeit den Zaun von meinem Mikrofon aus hatte, Stein. Das kommt noch mal dazu. Das heißt, die zwei Runden, die wir jetzt schon gespielt haben, beziehungsweise das, was wir gerade versucht haben, ist nur mit meinem Kameramikrofon zu sehen. Ist doch toll, oder? Warum backst du dich aus? Weil ich es verkackt hab, verdammt nochmal! Weil heute ein Sch***n-Tag ist, weil ich mit dir aufnehmen muss! Weil du der einzige arbeitslose W***er bist, der Zeit hat! Komm Stein, einer von den beiden is down! STEIN! Wie kannst du das verkacken? Wie kannst du das verkacken, Mann? Ja, stark. Also in meinem Loop kann ich auf jeden Fall gar nichts machen. Du Katastodik! Lass mal Richtung Tankstelle gucken, was da so los ist. Farte kurz! Ich hab zwei down. Vor mir ist noch einer, Stein. Komm her zu mir, Stein. Hab den Fall jetzt! Stein, komm her! Komm her! Okay, alles down! Sehr gut! Hab die Falle rein! Okay, Stein, das ist gar nicht schlecht. Ich hab vier Kills. Pass auf, also! Wir haben die Falle! Stein, Alter! Danke! Ich mach die blöde Falle, du dumm Kopf! Ich kann die jetzt nicht machen! Warum? Weil man dafür eine freie Fläche mit Loot braucht! Sehr schön! Oh mein Gott! Sehr schön, Stein! Da unten ist viel Loot! Okay, Stein, wir versuchen es jetzt! Komm! Ja, moin! Das war's dann auch wieder komplett! Danke dafür, du kleiner Penner da hinten! Ist die Falle kaputt! Er hat die Falle zerstört, ja! Er hat die Falle zerstört! Ich hasse mein Leben gerade so sehr! Und er kämpft da oben auf dem Dach mit einem Granatwerfer! Wie schlecht! Muss was sein! Stein, über mir! Ich hab die Falle! Stein, komm her zu mir! Komm her zu mir, Stein! Ich brauch deine... Komm, wo bist du? Ich hab ihn down! Stein, ich werd immer noch verfolgt! Ich werd verfolgt! Ich hab keine Baumaterialien, Stein! Stein, weg! Ich hab keine Baumaterialien! Wir müssen ihn pushen! Ich hab ihn, hab ihn! Sehr schön, Stein! Wo ist dieser Typ mit dem Granatwerfer? Wo ist der? Ich hab ihn schon! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Okay! Also, folgendes! Guck mal hier vorne! Das ganze goldene Zeug! Wir machen jetzt folgendes, Stein! Ich leg auch mal die Skale rein, okay? Okay! Pack die Falle drauf! An die Wand! Hier an die Wand! Hier an die Wand! Hier an die Wand! Okay, aber du musst hier sitzen bleiben, Stein! Okay? Genau! Du bleibst genau hier sitzen und machst jetzt oben drauf das hier! Warte mal, das ist falsch! So! Setz jetzt hier einfach das so hin, dass du quasi da halb drin stehst! Dass es dann quasi durchsichtig ist! Weißt du, was ich meine? Kriegst du das hin? Genau! Jetzt Boden hinsetzen! Boden hinsetzen! Boden jetzt schnell! So ist es richtig! So ist es richtig! Genau! Jetzt bleibst du einfach da drinnen! Bleibst du einfach da drinnen! Stein, pass auf! Also! Legen das hier hin! Kannst du eine goldene Skar droppen oder nicht? Ja! Warte, aber es rollt alles runter! Scheiße! Es liegt alles auf der Ecke! Kannst du mir erklären, warum es runterrollt, Stein? Halt! Ich glaube, es ist gefixt worden! Ich habe keine Ahnung! Weißt du, was wir jetzt machen? Wir spielen jetzt einfach auf... Es war zu Spaß heute mit dir, Revi! Du bist der Beste! Wir spielen jetzt einfach auf Sieg, okay? Wir spielen jetzt einfach auf Sieg! Weil mehr brauchen wir nicht! Und mehr wollen wir auch gar nicht! Okay? Wir wollen einfach nur gewinnen, Stein! Ah! Ja! Was passiert mit dir, Stein? Sieg runter! Komm her, komm her, komm her, komm her! Komm, 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 komm! Alles gut! Vor mir, Spieler! Vor mir, Spieler! Ich bin nicht bei dir! Ich bin ja unten drinnen! Ja, zwei Spieler bei mir, Mann! Wo bist du, Halskopf, wenn man dich einmal braucht? Wo bist du? Ich habe Hunger! Ja! Hey, ich habe keinen Bock mehr! Ja, Stein, ich weiß, aber wenn du nicht die ganze Zeit sterben würdest, wäre das schon längst hinter uns gebracht alles! Du willst jetzt sehen! Was werde ich jetzt sehen? Du willst schon sehen, Revi, ja? Ja, zeig einfach deine Leistung, zeig, was du kannst und gut ist! Mach es so wie in den ersten drei Spielen, da warst du gut! Genau! Komm jetzt! Ich bin schon längst draußen! Okay, Stein, Mainbuilding, komm! Oh, da waren wir ja noch nie! Ja, da hast du recht, da waren wir noch nie! Unter uns direkt, unter uns direkt! Rechts, rechts! Links, links, links in der Reihe! Wo? Hier ist keiner mehr! Hör auf zu lügen! Über dir, über dir! Hier ist niemand! Lass mich hier raus, Mann! Stein! Bye, bye! Das ist einfach nur noch so lächerlich unnötig! Okay, Stein, ich pfusche hier vorne, komm! Hinter mir! Du Cleaner, du bist so schlecht! Ich Cleaner? Wow! Ja, du hast meinen Kinn abgecleaned! Gecleaned? Ja! Oh, Junge, hör auf! Vor mir, Gegner! Andere Seite, andere Seite! Bei mir, bei mir, bei mir, Stein, bei mir! Hast du, hast du, hast du! Komm, hast du, hast du, hast du! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön! Okay, zieh mich hoch! Zieh mich hoch, Stein, zieh mich hoch! Was machst du? Zieh mich hoch! Zieh mich hoch! Stein, bitte, zieh mich hoch! Zieh mich bitte hoch, Stein! Hehe! Mein Kopf tut einfach extrem weh! Jede Stunde, die ich mit ihr spielen muss, ist einfach nur schmerzhaft! Stein, hör auf jetzt damit! Zieh mich hoch! Hehe! Hör auf! Stein, hör auf! Hör auf! Stein, lass es! Zieh mich einfach hoch! Komm, spar dir das doch jetzt einfach! Nimm mich nach oben, bevor die nächsten Gegner kommen! Und gut ist, okay? Tiltet ist leer! Wir haben es geschafft! Stein! Hör auf! Hehe! Stein, ich geh gleich! Ich mein's ernst! Hör auf! Zieh mich einfach nach oben! Danke schön, Stein! Danke! Bitteschön! Eine Falle! Stein, das wird der Falle funktionieren! Ich will das nicht! Das ist so dermaßen unnötig! Muss das sein! Muss du schreien! Hier sind wir, liebe Gegner! Wir haben von Bief! Stell doch direkt ein Schild auf! Da hinten die Bödenchen! Wo? Wo? Sag Koordinaten! Sag Koordinaten! Ach man Stein, lass doch gut sein! Hör doch auf mit dem Kram, Alter! Guck nach rechts! Ja, da ist nichts! So! Deine Würde! Okay, Stein, es leben nicht mehr viele! Was soll das? Hör auf, deine Ressourcen zu verschwenden, Stein! Bitte! Hehe! Stein! Stein! Hehe! Hehe! Gegner in Dusty vorne? S-O? Wo? War ja gerade irgendwo! Ich weiß nicht genau wo! Geht rein! Steu! Geht auf K! Hier, vor mir! Ja, bei mir! N-O! Ich schieße auf dich! Pass auf! Was? Hä? Über uns! Ja, wir sind gef***t! Da kommen Gegner! Ich hab keine Lust mehr mit dir zu spielen, Mann! Es ist einfach nur noch belastend! Es ist das Schlimmste, was man sich hier antun kann, Alter! Ich will nicht mehr! Leute, das war so ein sch***er Video! Ich hab keine Ahnung, wie es enden soll! User was moved out of your channel! Es tut mir leid, dass wir es mit der Falle nicht hinbekommen haben! Es war einfach viel zu stressig, mit dem Dschungel irgendetwas auf die Beine zu stellen! Lasst die Daumen nach oben da! Wir sind heute Abend um 18 Uhr beim Livestream! Macht's gut! Auf Wiedersehen! Tschüss!